Ja, ob der Dämon die Mutter ist? Abwarten! Solider Strahl auf jeden Fall! Und sie hat ein bisschen frei Essen bekommen. Aber ich habe noch keine Teile bekommen. Also das kann nicht funktionieren. Ich habe eine Idee. Was, wenn wir Diversion benutzen? Was bedeutet Diversion? Dann mach den Kassierer. Dann schau ihn. Dann müssen wir den Kassierer verarschen. Da da da. Ich wollte keinen Wolf streicheln. Und noch mehr vermisste Kinder. Ja, ja, sorry. Ich wollte nicht doppelt draufklicken. Hm. Guck mal, der guckt jetzt weg. Der hat gerade weggeguckt, die Schirmfette so nutzen können. Any tickets to the zoo? Ew, yucky. No tickets, only yucky. Okay. Ey! Ich wollte gerade Tickets kaufen. Renn doch nicht weg. Okay. This is breakable. Like... Like with a rock or something. Like... Like a stone. Hm. I think I came up with an idea. What if... Hm. Fenster zerbrechen oder lügen? Soll ich das Fenster zerbrechen oder soll ich lügen? Ist jetzt beides nicht unbedingt positiv? Oder es wird wahrscheinlich beides Konsequenzen haben? Also nicht so gute? Ach. Schwierig. Schwierig. Lügen. Wäre, glaube ich, noch harmloser, ne? Na gut, der Erste, der Lügen gesagt hat, ich mache Lügen. So. Lügen, weil man ein Kind glaubt? Na, man glaubt Kindern ja auch immer nicht so, wenn die irgendwas erzählen, ne? Man vermutet dann immer zu viel Fantasie und so ein Bullshit. Eigentlich auch traurig, dass man Kindern nicht so viel Glauben schenkt. Schauen wir mal. Oh, das... Okay. Und der lässt die Tür einfach auf. Naja, es hat geklappt. Mal gucken. Mal gucken, ob das noch Konsequenzen haben wird. Ja, wunderbar. Können wir uns auf die Schulter klopfen? Okay, der Cousin vom Fuchs ist ein Wolf. Hm. Lauf, kleine Lauf. Ach hier. Ach Gott, das könnte Waffe sein. Ja, sieht aus wie Waffe, nur als Vogel. Auch nicht schlecht. Äh. Okay. Es sagt, der Num-Num-Parat. Num-Num! Njam-Njam. Ja, das hast du jetzt gesagt. Ach so, der tut nur so, als ob er lesen kann. Delicious. Die haben echt komische Tiere im Zoo. Jaaa. Was ist das denn? Ein Hooligan-Vogel, oder? Ah, das ist der Stinkefinger-Vogel. Das ist der Stinkefinger-Vogel. Okay. Der Name ist, der Name ist cool. Es sagt, Fuckedillios, this shit deal. These birds multiply at a very high rate with different partners leaving behind dysfunctional offspring. They don't care about anything, as long as they are occupied by mindless entertainment. Oh, really? Also, ich finde den Vogel sehr sympathisch. Tatsächlich. Haha. Den finde ich echt sympathisch. Vogelfutter klauen. Ja, der Vogel ist echt geil. Vogelfutter klauen. Ja, komm. Komm, wir sind jetzt einmal böse. Das wird auch wieder Konsequenzen haben. 100%. Wahrscheinlich stirbt ein Vogel, wenn wir ihn damit füttern. Okay, wir sind gerade bei einem Stinkefinger-Vogel. Ach, kann ich... Naja, warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Kann ich den jetzt fütten? Ich kann ihn füttern. Der hat uns den Stinkefinger gezeigt. Sei mal nicht so gemein. Poggi. Ja, Mann, verlauGift. Die fressen aber gerade nicht. Komm, jetzt. Du willst bestimmt was. Tja. Leider... Leider passiert nichts. Schade. Ja, 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 ja. Schade, passiert leider nichts. Ich hätte echt gedacht, irgendein Vogel stirbt oder so. Aber gut. Kann ja nicht immer auch schlimme Konsequenzen mit sich tragen. Was? Hormones? Nein, Hormones. Ah, okay. What's that? Your body's preparing to create life inside you. You get a lot of new feelings that are completely normal. Ah, okay. And you'll bleed for three to five days from your vagina. Ew, yikes forever. You will also suffer each month for many, many years. And society will treat you like garbage. Are you for real? Yes, I am. Okay. Die Stimme weiß Bescheid, wie das später mal wird. Oh. There are coins at the bottom of the fountain. Yes, those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays think they can buy everything with money. I wish I could throw a coin and ask for my happiness back. Also does Benjamin transform into a good foxy? Because I would totally go out on a date with him. If he would throw it. Are you done here, Miss Fortune? Yeah. Ich kann hier Glitzer drüber machen. Ah, okay. Hm. Ich will jetzt nochmal bei der Karte gucken, aber ich habe das Gefühl, wenn wir da drauf sind. Warte mal, wir müssen ja eigentlich da hin. Ach so. Ah nein, okay. Ah, ich dachte jetzt, wir switchen da direkt hin, weil ich wollte mich hier eigentlich auch noch ein bisschen umgucken. Ich glaube, der Glitzer ist so ein Nachdruck auf jeden Fall. Der Glitzer ist auf jeden Fall eine Nachdruck. Ah, look at those sweet blushes. They could be all my babies. Das sagen sie alle. Ich will nur gucken. Oh, jetzt kommen die großen Tiere. Oh, damn it. Sie ist doch gerade eh beschäftigt. Sweet little ninja? Suck in a popsicle. Oh, it looks like it's strawberry flavored. Mmm, yummy. Mmm, yummy. Ugh. Wow. Like a little ninja lady. Well done, Miss Fortune. Now, wait for her to turn her back to you. And then kill her from behind? What? No. Why? Okay. Oh Gott, jetzt sehe ich erst mal, dass das ein... Was ist das für ein Typ? Das ist ein Radenkopf. Der hat einen Radenkopf. Der Kerl. Ah. Okay. Das ist, äh, creepy. Die ist echt ungeschickt. Oh. Okay, wir warten mal einen Moment. Jetzt guckt er wieder. Und zack. Lauf. Und ich bin irgendwie... Oh Gott. Sie stolpert auch immer, ne? Okay, jetzt sind wir... Oh, der... Der sieht so traurig aus. Der sieht so traurig aus. Bin ja nicht so ein Zoo-Fan, ne? Guck er an. Gott sei Dank haben wir da was mitgenommen. Guck er an. Gott sei Dank haben wir das mitgenommen. Wir sollten es auf jeden Fall wieder mitnehmen. Huch. Nein, das wollte ich nicht. Wir nehmen den auf jeden Fall wieder mit. Weil ich denke, da wird noch mehr kommen. Nein. Ich mache immer das Falsche. Moment. So. Und jetzt raus. Raus. Haben die keine Überwachungskameras? Sicherungskameras? Hm. Like a ninja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, das Tor zu öffnen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. War die Kleine schon so süß? Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Das ist 8945. 8945, ich schreib mir das mal auf. 8945. Also mit acht Jahren kann sie anscheinend noch nicht richtig lesen, weil sie den Zettel auch noch verkehrt rum hat. Okay. Ah, ja, da ist auch gleich der Save. Wie ich mein Glück kenne, wird sie das automatisch eingeben. Ja, genau das steht da. So, wir gucken erst mal weiter. Hier ist noch eine Puppe. Okay, das klingt wie Romeo und Julia grad. Das klingt wie Romeo und Julia. Komisch, die Stimme kriegt alles mit, aber das nicht. Das ist seltsam. Was war's? 8945. Ah, das sind aber mehrere Zahlen. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, warte mal. Nee, das muss man anders machen. Habe ich da eine Zahl übersehen? Eigentlich nicht, oder? Ich kann's mir aber auch nicht nochmal anschauen, ne? Hm. Ich kann's mir auch nicht nochmal anschauen. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Wahrscheinlich ist hier der Schlüssel auch drin. Huch. Eh. Ach, Mist. Aber es war doch 8945, oder? Da passiert nix. Ich kann... Ich hab halt kein Inventar. Also, die macht wenn dann immer alles automatisch... Ja, 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 ja. Also, soweit ich weiß, ist hier kein Inventar. Nope. Habe ich ja bisher auch nicht gebraucht. Und wurde mir auch bisher nicht angezeigt. Das ist jetzt ärgerlich. Ach. Aber hier könnte der Code sein. Check out my computer skills. I bet the password is this one. Wait, Miss Fortune. I think you're holding the paper upside down. Warum schreibe ich mir eng Sachen auf? I know what I'm doing. Keep quiet. Keep quiet. Keep quiet. Keep... Warum ist der Code jetzt falsch? Aha, ich weiß warum. Das ist keine neun, sondern das ist eine sechs. Ist jetzt nur die Frage rückwärts, vorwärts. Okay, warte. Dann ist es... Fünf, vier, sechs, acht. Was, 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 wo? Code. 2, 7, 5, 8, 1. 2, 7, 5, 8, 1. Den muss ich aber aufschreiben. Ich glaube, das macht die nicht automatisch. 2, 7, 5, 8, 1. Yeah. Äh, 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 äh ... Ich glaube ... Ah, okay, da ist auch der Schlüssel dran. Ich habe jetzt nur den Code gesehen. Auf jeden Fall ist in dem Save der Schlüssel. Wir haben ihn. Okay, was war es? 2, 7. 2, 7. 5. 8. 1. Naja, bitte. Es geht doch. Es geht doch. Nee, da ist der Schlüssel dran, tatsächlich. War mir aber fast schon klar. Ich weiß aber immer noch nicht, ob das so klug ist, die Tür von dem Wolf jetzt zu öffnen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Aber okay, sie will es ja so. Da hat die Kleine aber Glück gehabt. Da hat die Kleine echt Glück gehabt. Aber ob das jetzt gut ist, dass der Wolf frei rumläuft? Okay. Das hört sich alles so ein bisschen an, als ob das in Finnland wäre oder so. Oh ja, lass uns nach Phantasmagoria reisen. Das ist so sweet. I always wanted to go. Yes. Oh.